Hmmmm Radeleude Herzlich Willkommen zum 6k Abus Special Ich will nur ganz kurz ankündigen Falls ich mich komisch anhöre Äh, ich, bei mir kickt heute Übertriebene Heuschnupfen rein Ich hoffe es ist nicht allzu schlimm Naja Leute, äh, ja Was soll ich sagen, vielen lieben Dank für über 6000 Abonnenten Also es ist wirklich krass, äh, wie Groß dieser Kanal mittlerweile ist Hätt ich niemals gedacht Ganz, ganz viel Liebe an alle Abonnenten. Naja, aber wir schnacken nicht lange rum, wir fangen gleich an. Worum geht es noch ganz kurz? Ja, ich hatte es ja schon im Community-Tab angekündigt, ich habe Bärchen-Leaks zugespielt bekommen, das ganze Gespräch ist noch nicht komplett gelesen, ich habe es ein bisschen übersprungen am Anfang und habe gesehen, das Bärchen kommt wohl aus NRW, also werde ich das einfach NRW-Bärchen taufen. Die Person, die man das zugeschickt hat, hat mir jetzt nicht gesagt, wie sie da bezeichnet werden möchte, deswegen nenne ich sie jetzt einfach NRW-Bärchen. Genau. Leute, wie gesagt, viel Spaß mit dem Video, ich freue mich immer über Bärchen-Leaks und auch ihr, wenn ihr noch irgendwie, weiß ich nicht, noch ein paar Leaks rumliegen habt oder irgendwas Interessantes, was ihr mir gerne schicken wollt, was ich in ein Video reintun soll, einfach an meine E-Mail, die unten in der Videobeschreibung drin ist, schreiben. So. Eine Sache noch, bevor wir anfangen, nämlich die Mitglieder ab Wonger Level 5 werden noch vorgelesen, nämlich Maki, Bianca, Bibi, Carsten, Oga, Anru, äh, und natürlich, äh, der Sebastian, vielen lieben Dank, und ein ganz besonderes Dank, ihr geht an den Dodo raus, der, äh, Wonger Level 10 ist. Ganz viel Liebe für euren Support. So, wir haben jetzt lange genug geschnackt, wir gehen jetzt rein in die Leaks. Let's go. Hallo Rainer, ich weiß, das hast du sicher schon so oft gehört, aber ich wollte dich einfach mal anschreiben, weil ich die Sache, für die du einstehst, die du einstehst, oh Gott, die Sache, für die du einstehst, so toll finde, und dich als Person auch einfach sympathisch finde. Würde mich mega freuen, wenn du Lust hättest, ein wenig zu schreiben. Aha. Oh, Mann. Ich meine, ich verstehe natürlich, dass er bei sowas misstrauisch ist, aber, guck mal, sie schreibt da so einen ganz netten Text, so, schreibt sogar, die Sache, für die du einstehst, da komme ich nicht so richtig drauf klar. Und er schreibt einfach, aha. Naja, nett wie immer. Naja. Wie geht es dir zur Zeit? Hab nur mitbekommen, du machst gerade harte Zeiten durch. Wenn man jeden verdammten Tag alleine gegen, ach so, ach ja, Leute, sorry, ich werde natürlich die Rechtschreibfehler versuchen, immer mitzulesen. Wenn man jeden verdammten Tag allein gegen Dewey Welt kämpfen muss, wie soll es da ein schon gehen? Diese Aussage allein, wenn man jeden Tag gegen die Welt kämpfen muss, ach Mann, ey. Und da sieht man dann auch wieder, wie, ja, naja, wie es um, äh, leider seine Sicht der Dinge bestellt ist. Ach Mensch, das tut mir total leid. Kann ich dich irgendwie aufhalten, fighten oder unterstützen? Wir kennen es doch gar nicht. Aber ich such halt permanent nen Bladu zum Schlafen. Aber wenn du helfen magst, ich kann dir meine... das habe ich gar nicht gesehen beim Überfliegen gar nicht gesehen. Oh nein, jetzt muss ich die E-Bahn noch schwärzen. Oh. Der schickt ja seine E-Bahn. Das habe ich beim Überfliegen gar nicht gesehen. Oh Gott, Entschuldigung. Ich kann dir meine E-Bahn geben. Das würde mir helfen. Und dann hat er wirklich seine E-Bahn da reingeschickt, Leute. Ist das ein Bettler? Ey, ist ja wirklich unglaublich. Also, ich meine, dass er seine E-Bahn überall reingeschickt hat, das wissen wir ja. Hier mit Discord und, äh, irgendwo überall gepostet und so weiter. Aber dass er jetzt sogar schon irgendwelchen, äh, Bärchen seine E-Bahn hat. Das kann man sich ja alles nicht mehr ausdenken. Äh, ja, wie gesagt, ich werde dir natürlich scherzen. Klar, äh, schickt ihm kein Geld. Danke. Oh Mann. Okay, wir machen weiter. Tut mir leid, ich bin leider selber knapp bei Kasse, aber ich meinte auch eher, ob ich dich emotional etwas unterstützen könnte oder du halt einfach jemanden mal zum Reden brauchst. Soll nicht komisch klingen, A, B, das Einfachste, was mir helfen würde, wäre halt Kohl. Das kann man sich nicht mehr... Äh, es ist so eklig. Weißt du, sie bietet ganz nett an, äh, emotionale Unterstützung oder wenn man mal jemanden zum Reden braucht, was ja wirklich super nett ist. Jetzt mal abgesehen natürlich von der Intention, dass sie, äh, Chats veröffentlichen wollte. So, aber dann sagt er, äh, das Einfachste, was mir helfen würde, wäre halt Kohle. Ach, Leute. Naja, aber egal. Oder halt ein Obtag. Tut mir leid, dann, was, damit kann ich leider nicht dienen. Was machst du heute noch so? Findest total aufregend, mit dir zu schreiben. Ach, Leute. Also wirklich. Aber ne. Es ist, ich freu mich auf die Leaks. Wirklich, ich freu mich. Wirklich toll. Ach, Leute, guckt mal die Videobeschreibung, da ist meine I-Bahn dann. Ich komm nicht drauf klar. Guten Morgen. Entschuldigung, ich hoffe, ich nerv dich nicht. Ne, hatte nur wieder viel um die, oh mein Gott, Ohren. Er hat einfach das H nicht geschrieben. Ohren. Okay. Wegen die Hater. Oh, was ist denn passiert? Das, was immer passiert. Die laufen mir nach, gehen mir auf den Sack und haten mich wie die Sau. Manchmal wünschte ich, ich wäre nie geboren worden, Alter. Was ist denn jetzt auf einmal los? Äh, ich verstehe aber nicht, wie, wie er so von seinem, von seinem überzeugten Unbesieg-Modus, den er ja meistens teilweise, aufrechterhält, dann auf einmal so in diesem, in dieses, äh, dunkle Loch abdriftet und solche Sachen sagt wie, manchmal wünschte ich, ich wäre nie geboren worden. Eieieiei. Äh, naja. Also das, äh, ja. Ich meine, ich verstehe es, Reiner sein Leben ist wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt, äh, ne, das Tollste, aber, dass er dann manchmal so, auf einmal so plötzlich in so ein Loch fällt, ist schon krass. Naja. Ach Mensch, sag doch sowas nicht. Vergiss nicht, du hast immer noch viele, die hinter dir stehen und dich immer unterstützen werden, so wie mich. Gib nicht auf. Oh, ist doch nett. Wer hat was von aufgeben gesagt? Ey, das kann doch alles wirklich nicht wahr sein. Sie will ihn supporten und wieder Mut machen. Und alles, was Reiner liest, ist das Wort aufgeben und er sagt, er hat was von aufgeben gesagt, Edson. Naja, klang ein wenig so, wegen der niemals geborenen Aussage. Ich bin stark mit Doppel-K und schlau, aber ich lasse mich ganz sicher nicht von denen unterkriegen. Oh, meine, 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 Leute. Drachelord ist schlau und stark mit Doppel-K. Das dürft ihr auf gar keinen Fall vergessen. Oh, meine, Mann. Das klingt doch schon viel besser. Gibt's sonst gar nichts, worüber du gern reden magst? Ich schreib's sehr gern mit dir. Wenn ich dein Profilbild sehe, will ich ganz, Alter, ganz ab dere Sache gern mit du machen. Wenn du verstehst, was ich damit meine, es ist wirklich wieder, äh, es hat aber, ich muss zugeben, es hat aber länger gedauert, als ich dachte, ne, dass er auf das, äh, Thema wieder driftet. Aber auch, wie eklig das ist, ne. Sie versucht, äh, mit ihm ordentlich und normal zu kommunizieren, haltet ihn auf, sagt, sie schreibt gern mit ihm, äh, und seine Antwort, wenn ich dein Profilbild sehe, und ich gern, gern andere Sachen mit dir machen. Ach, Leute. Ach, das ist so toll. Mein Gott. Wirklich. Ich verstehe halt nicht, was in diese Menschen vorgeht. Unglaublich. Wirklich. Oh, danke. Ich finde dich auch sehr interessant und irgendwie auch, anzieht. Aber lass uns gern erst mal noch ein wenig schreiben. Das geht doch etwas schnell, was nicht heißt, dass es mir nicht gefällt. Interessant auf jeden Fall ihre Antwort, weil, äh, da hätte ich, wenn ich jetzt, äh, gechattet hätte mit ihm, da hätte ich Angst gehabt, dass er abspringt, weil er dann, ja, weil er dann, äh, denkt so, oh, nee, die hat kein Interesse, bla, bla, bla. Ja, aber, äh, auf jeden Fall, oder vielleicht ist es doch gut, so zu schreiben, eben weil Reiner dann vielleicht nicht so Verdacht schöpft oder so, ich weiß es nicht, ich bin, ich bin, ich bin nicht in dem, in dem Mind von einem Bärchen drin, äh, aber, ja, okay, war ja klar. Tut mir leid, ist wirklich nicht böse gemeint. Ja, da muss man sich auch echt mal entschuldigen, ja, dass man so eine nette Einladung zum Pimpern ablehnt, das ist wirklich unglaublich respektlos. Oh, Mann, oh, Mann, das ist echt unglaublich. Guten Morgen, was machst du gerade? Ach, Gott, hab grad mastu, mastu beard. Eieiei, und geh jetzt duschen. Oha, okay, hoffe es war schön. Naiku, mit einer Echtfrau wäre halt, halt mit D, ach du, ey Leute, viel geiler, aber das wird wohl nie passieren. Bist du eigentlich noch Jungfrau, weil du sagst, es wird nie passieren? Nee, es gab Zeiten, da hatte ich sogar mal zwei Freundinnen gleichzeitig. Oh, und wussten die voneinander? Ja, wir haben auch oft zu dritt was gehabt. Ach, Rainer, das glaube ich dir sofort. Oh, meine Mann. Uh, das klingt spannend. Ist sicher anstrengend für einen Mann, allein mit zwei Frauen fertig zu werden. Du würdest durchwundern, wie viel mit F Ausdauer ich habe. Ja, klar. Kann es du ja gern mal beweisen. Oh, Gott. Es ist immer diese, diese Aussage, ne? Rainer würde nicht mal eine Frau schaffen, das sage ich euch so, wie es ist. Aber natürlich hat er zwei Frauen, äh, da hat er das, natürlich alles unter Kontrolle. Ganz klar, ganz klar. Oh Mann. Ich wäre einem Treffen nicht abgeneigt. Oh, ganz viele, äh, Smilies. Hat sich noch keine beschwert und viele, wieder mit F, sagen auch, ich wäre ein guter Küsse. Wer sagt das, Rainer? Wer? Wer sagt das? Deine Mutter? Jetzt mal, also, wer sagt das? Niemand. Aber man, klingt vielversprechend. Hey, du da, was machst du Schönes? Magst du nicht mehr schreiben? Ich habe so viel wieder mit F, Junge, um die Ohren. Ich komme auf dieses Ohren, Ohren, nicht klar. Junge Rainer, Ohr wird mit H geschrieben. Das sieht ganz komisch aus, wenn man das Ohren schreibt. Ohren. Ohren. Ha, komisch. Da kann ich nicht allein, äh, da kann ich nicht allen immer gleich antworten. Äh, antworten mit D. Ach, Leute. Entschuldigung, wollte ich dich nerven. Geht's dir heute etwas besser als die letzten Tage? Nein. Die Hater nerven wieder rum. Oh Mann, ey. Ach, Leute. Das sind doch bis jetzt wirklich tolle Bärchen-Leaks. Kann man auf jeden Fall nicht meckern. Mir gefallen sie bis jetzt sehr gut. Aber ich, ich komme immer nicht drauf klar, dass ich meine I-Bahn da reingepostet habe. Einfach so. Einfach irgendein random Girl, das ihn anschreibt. Äh, drei Worte gewechselt. Hier ist meine I-Bahn übrigens. Unglaublich, wirklich. Ach, Mensch, dass sie dich nicht einmal in Ruhe lassen können. Du sagtest ja, du findest mich anziehend. Da wollte ich mal fragen, auf was für einen Typ Frau stehst du eigentlich? Auf jeden Fall auf ältere Frauen Richtung 40, 50. Und das klingt immer doff, wenn ich das sage, aber ich mag es gar nicht, wenn meine Partnerin zu viel wieder mit F wiegt. W-I-G-T wiegt. Leute, schreibt es mal in die Kommentare, wie viel wiegt ihr? Achso, naja, schlank bin ich, aber bin leider erst 27. Ist mir eigentlich zu jung. Ich muss ehrlich sagen, das glaube ich leider nicht, aber das sei mal so dahingestellt. schade. Vielleicht magst du es dir nochmal überlegen. Würde mich freuen. Das S im Satz wird klein geschrieben. Meckert der jetzt wegen dem S rum, weil das groß geschrieben ist? Wie bitte? Das S in deinem Satz, ich mag das immer nett, wenn ich Rechtschreibfehler sehe, obwohl ich halt selber viele mache. wieder mit F. Okay. 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 Gut. Leute, Leute, das killt mich jetzt komplett. Vergesst die I-Bahn-Geschichte. Ist mir jetzt vollkommen egal. Er belehrt sie, weil sie ein S mitten im Satz groß schreibt. Mal abgesehen davon, dass beide eh keine Satzzeichen benutzen. Ich bin jetzt kein Grammar-Nazi oder so. Na klar. Aber mal abgesehen davon, beklagt sich Rainer, dass die ein S im Satz groß schreibt und schreibt danach, ich mag das immer nett, wenn ich Rechtschreibfehler sehe, obwohl ich halt selber viele mache und schreibt dann viele mit F zum 15. Mal. Oh ne, ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Also, okay. Und das Bärchen schreibt, ach so, danke für den Hinweis. Also wirklich, richtig dicken Respekt für das Bärchen. Auch gerne in die Kommentare schreiben, Respekt für das Bärchen, dass die da so ruhig geblieben ist. Ich hätte meine Maskerade zu allerspielestens diesem Zeitpunkt nicht mehr aufrechthalten können, wenn ein reiner Winkler mich berichtigen möchte und dabei 10.000 Fehler in einem einzigen Wort hat. Unglaublich. Unglaublich. Wirklich. Also, ich bin gerade wirklich fast zungslos. Okay, wir machen weiter. Alter. Meinst du, man kann sich irgendwann mal treffen, um sich kennenzulernen? Naja, bin bei sowas extrem vorsichtig. Auch mit F. Wenn du wüsstest, wüsstest, mit deinem S, was mir schon alles basiert ist. Oh, erzähl, was ist dir passiert? Kurz gesagt, wurde in meinem Leben oft genug verarscht. Das nicht nur von den Hatern, sondern auch schon in der Schule. So war mein Leben schon immer. Aber ich glaube wirklich nicht, dass es alle Böse mit dir meinen. Hey, liege gerade im Bett und dachte an dich. Was machst du so? Liegt ja auch manchmal im Bett und denkt an Rainer Winkler. Na gut, okay, ich muss zugeben, manchmal liege ich im Bett, aber ich denke mich an Rainer, sondern ich denke dran, welche Videos kann ich demnächst noch anschauen oder so. Oder wann mache ich den nächsten Strämen? Solche Sachen zum Beispiel. Zocken und eventuell gleich nochmal streamen. Achso, kenn mich mit Videospielen gar nicht aus, ehrlich gesagt. Wie heißt du eigentlich? Schön, dass es auch mal zur Sprache kommt. Hoppla, das habe ich dir ja noch gar nicht geschrieben. Mein Name ist Luisa. Okay, hab dich mal eingespüchert. Das freut mich. Bist du wirklich, äh, eigentlich wirklich wohnungslos zur Zeit? Ja. Wie kam es denn dazu? Kurz gesagt, ich musste mit einem S mein Haus wegen Hatern verkaufen mit F vorne. Der hat doch irgendeinen F-Fetisch, das kannst du doch nicht erzählen. Und bin seitdem, Alter, ob Dax los. Also natürlich die alte Schallplatte, er musste sein Haus verkaufen wegen den Hatern, klare Sache, ne, äh, die haben ihn einfach dazu gezwungen mit, äh, vorgehaltener Waffe haben sie gesagt, äh, unterschreiben sie mit der Erwinkler, so war das damals und deswegen kann ich das natürlich auch zu 100% verstehen, dass er da, äh, das nicht gut findet, dass er da gezwungen wurde, sein Haus zu verkaufen. Es ist einfach nur utopisch. Oha, krass! Und schläfst du da jetzt auf der Straße oder kommst du irgendwo sonst unter? Manchmal in Hotels, aber musste mit einem S auch schon oft im Wald oder auf der Straße schlafen. Oh Mann, das stelle ich mir schrecklich vor, vor allem ich als Frau. Naja, ich kann mich im Ernstfall mit einem L Ach, Leute, nee, ich kann nicht mehr verteidigen. Guckt euch doch mal an, wie der Verteidigen schreibt, wie der mit F. Das kann doch nicht wahr sein. Aber es ist auf jeden Fall wieder falsch geschrieben nicht schön. Das stimmt, äh, das stimmt wohl. Bist ja auch echt groß. Machst du auch Kampfsport? Oh nein. Mit etwa 196, er meint wahrscheinlich die 1,96 und ja, hab etwa sechs Jahre Motei gemacht. Das ist ja cool. Dass er immer nach dieser Lüge aufrecht erhalten möchte, dass er diese sechs Jahre Motei angeblich gemacht hat. Unglaublich, ey. Unglaublich. Das ist ja cool. Wir haben ja über ein Treven geredet. Wo wohnst du eigentlich? Eigentlich Oh, Leute. Ich wohne in NRW. Oh mein Gott. NRW? Mord Rhein-Westfalen. Als ob Rainer nicht weiß, was NRW bedeutet. Das schockiert mich jetzt auch schon wieder. Ganz ehrlich, man weiß doch, was NRW bedeutet oder nicht, Leute. Hä? Naja, egal. Ist ganz Köln weit weg. Wo bist du denn aktuell? In Emskirchen. War auch interessant, dass sie da seinen Standort rausgefunden hat. Gut, Emskirchen ist natürlich jetzt nichts Besonderes. Er ist eigentlich immer da. Aber ich hätte gedacht, dass er da gar nicht erst antwortet, wo er ist. Oh, hab gerade mal nachgeschaut, dass es ziemlich weit wäre. Wirklich ziemlich weit weg. Aber Distanz ist ja nicht unbedingt ein Hindernis. Was meinst du eigentlich mit der Sache, für die ich einstehe am Anfang? Ach, jetzt wird aber auch den Anfang eingegangen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Achso, naja, ich meinte damit, dass ich es bewundernswert finde, wie du ganz allein gegen, oh mein Gott, jetzt muss ich nochmal stark sein, gegen Mobbing stehst und damit auch anderen Opfern zeigst, dass man sich auch wehren kann. Entschuldigt, mein Heuschnupfen kickt rein. Oh, ne, Leute. Ja, ja, oh mein Gott, also wirklich, ey, dieses Bärchen gibt ja wirklich alles, ne, muss ich echt sagen. Die gibt ja wirklich alles. Oh, Mann, ey. So war ich schon immer. Hab immer versucht, wieder mit F an zu schützen ohne Tee und hab am Ende immer einen Arschtritt kassiert. Ich find's toll. Mach auf jeden Fall weiter so. Ich muss aber langsam mal schlafen, ist schon viel zu spät für mich. Der hat dann auch eine gute Nacht. Vor drei oder vier geh ich nicht schlafen, aber danke. gute Nacht. Ja, und ich würde sagen, hier, machen wir erst mal Schluss mit dem ersten Teil. Ich hab mich köstlich amüsiert, wirklich köstlich amüsiert. Das Gespräch geht auch noch ein bisschen weiter. Ich weiß ja, wie viele Parts, wie gesagt, das werden. Ja, aber ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, wie ihr den Leak findet. Ich find's bis jetzt sehr, sehr geil. Also wirklich, ich find's besser als diese Transbärchen Leaks, weil da ist leider nicht viel drum rum gekommen, aber hier ist er ein bisschen gesprächsbereiter und das find ich halt auch deutlich interessanter. Und natürlich solche Sachen mit der E-Bahn, das ist halt wirklich, es ist schockierend. Naja, Leute, wenn ihr noch irgendwie, wie gesagt, Bärchen-Leaks habt, irgendwelche Sachen, die ich für Videos nehmen sollte, mir einfach mal Hallo sagen wollt, schreibt mir gerne eine E-Mail, ist natürlich unten verlinkt. Ihr hört, meine Stimme ist langsam weg. Es tut mir echt leid, dieser blöde Heuschnupf geht mir so auf den Sack. Leute, haut rein, vielen lieben Dank nochmal für über 6.000 Abonnenten. Wir sehen uns dann im nächsten Video, haut rein, bis dann. Ciao, ciao, euer Wigel Morgel.